Hallo Freunde, heute zeige ich euch wieder ein paar Krabbeltiere und Insekten. Viel Spaß! Das ist ein lustiger Bockkäfer. Nass und Käfer, 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 nass und Käfer. Was ist Korpion, was ist Korpion, was ist Korpion. Vielen Dank fürs Schauen! Ich würde mich freuen, wenn du mir ein Like und ein Abo hinterlassen würdest. Bye Bye!